So Leute, jetzt kommen wir natürlich zu den Sachen, die ich gekauft habe für den Valentinstag. Und zwar ursprüngliche Sachen, die man für den Valentinstag eigentlich immer hat. Und zwar ja, bei Netto, schön billig und günstig. Und zwar einmal, wie sie es für den Valentinstag gehört. Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Rosen! Das ist Tradition für den Valentinstag. Tradition, Leute. Und dann natürlich, oder was heißt natürlich, dann halt ein bisschen Red Bull. Red Bull zum Trinken. Und zum Essen Schokolade. Ich weiß nicht, es soll auch keine Werbung sein, aber ich weiß einfach nie so recht, was ich meiner Freundin alles schenken soll. Weil es ist mein erster Valentinstag, also das heißt mein erster Valentinstag. Es gab ja schon oft Valentinstag, aber der erste, wo ich eine Freundin habe, weil ich hatte ja nie zuvor eine. Und deswegen bin ich halt immer auf der Suche, weil ich möchte sie ja nicht enttäuschen. Ihr wisst, am Valentinstag gilt es natürlich, die Mädels glücklich zu machen. Und deswegen gibt es hier Vollmilchschokolade. Ich hoffe mal, ich habe die richtige Wahl getroffen. Ich bin mir sicher. Und ja, das sind die Sachen für den Valentinstag. Ich denke mal, dass ich meine Freundin damit glücklich machen werde. Allein schon, wie ich aussehe. Und dann mit den Rosen, dem Red Bull. Besser geht es nicht, Leute. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Freundin, wenn ihr eine habt. Ansonsten als Single einfach einen normalen Tag. Bis dahin. Tschüss ihr Lieben und habt einen schönen Tag. Viel Spaß.